Ja, 2016 steht für mich natürlich unter einem ganz besonderen Stern. Mit dem Spiel gegen Wolfsburg haben wir natürlich gehofft, dass wir die Wände so einleiten. Die Trennung von Armin Fee, dass wir die Relegation auch geschafft haben. Da waren noch genug Punkte zu holen, um das abzuwenden. Daran haben wir immer geglaubt, das hat uns der Trainer vorgelebt, jeden Tag, jede Woche. Das war dann der Anstoß für die Aufholjagd in der Bundesliga. Ich habe Heribert Bruchhagen viel zu verdanken. Ich habe während davor oder während der 90 Minuten wirklich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich krank bin. Und dass dann gerade Haris das Tor macht, hat mich enorm gefreut. Ich freue mich auf 2017, dass wir so erfolgreich die letzten Spiele bestreiten wie bisher. Wir werden hart dafür arbeiten. Ich freue mich auf. Ich freue mich auf. Geil. Ich freue mich auf. Hier sind noch die Träger Martin.